Musik Ganz herzlich willkommen zu unserem Sendeformat Schmerzfrei ohne Operieren. Ja, woher kommen denn die Schmerzen, die wir im Alter halt haben, an Knien, an Hüften, an Rücken und so weiter? Ich verrate es Ihnen. Sie kommen aus dem Alltag, weil wir uns im Alltag nicht so verhalten, wie der Körper gerne würden. Zum Beispiel beim Sitzen. Sind wir uns ja gewohnt, korrekt gerade zu sitzen. Nur beim korrekten, geraden Sitzen verkürzen sich viele Muskeln, Neuromyofaszien. Und eine davon ist die Quadrizeps, die Oberschenkelmuskulatur. Und darum ist es besser, wenn Sie die Zeit nutzen, beim Sitzen Ihre Faszienverklebungen zu lösen und in dieser Richtung beweglicher zu werden. Und zwar nicht nur auf einer Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Sie sehen vielleicht schon, ich bin rechts beweglicher als links auf der linken Seite. Wir alle sind eher asymmetrisch. Wir sind Schonhaltungen unterworfen. Nur schon wegen unserem harten, flachen Boden, wo wir drauf gehen. Oder weil wir uns einfach gewohnt sind, zum Beispiel beim Sitzen, immer gleich zu sitzen. Wenn wir ein Knie über das andere legen, was gar nicht a priori schlecht ist, vielleicht ist es nicht so vorteilhaft für die Venen und die Arterien für die Durchblutung der Beine. Aber für die Fasziendehnung, für die Hüften, ist es gar nicht so schlecht. Aber wir sind uns gewohnt, immer das gleiche Bein über das andere Knie zu legen. Und darum wollen wir bei dieser ersten Übung ganz gezielt die Faszienverklebungen links und rechts ähnlich zu lösen. Im Gegenteil, dort, wo Sie unbeweglicher sind, ich jetzt zum Beispiel links, drücken Sie mit Ihren Fingern hier in diese Muskeln hinein und suchen nach einem Schmerzpunkt. Wenn Sie einen Schmerzpunkt finden, ich jetzt zum Beispiel hier, diese Seite ist dann verantwortlich für Innenmeniskusprobleme. Also Innenmeniskusprobleme haben Sie, wenn diese Seite, diese Kette hier, wenn die verkürzt ist, wenn die verklebt ist. Und darum können Sie während dem Sitzen ohne Zeitaufwand einfach so sitzen, indem Sie dort, wo der Schmerz ist, tief reindrücken, dort bleiben auf diesem Schmerzpunkt und dann den gestreckten Rücken leicht nach vorne ziehen. Sie können den, wenn es geht, weit nach vorne ziehen, so weit, dass Sie sogar mit der Stirne oder mit dem Kinn die Ferse berühren können. Und Sie werden sehen, wenn Sie das mit dem Reindrücken der Finger in diese schmerzenden Stellen regelmässig machen, sich sogar zur Gewohnheit machen, dann werden Sie sehen, die Hüfte wird beweglicher, die Innenmeniskusprobleme nehmen ab oder können abnehmen. Es gibt ja keine Garantie für irgendwelche Übungen, aber die Chance ist sehr gross. Sie werden beweglicher. Und das Ziel ist eigentlich, dass wenn Sie das rechts und links tun, dass Sie mit der Zeit dann auf dem Boden im Schneidersitz sitzen können. Jetzt kann es sein, dass Sie das Knie gar nicht hier raufbringen. Dann stehen Sie auf und machen einfach mal eine Übung, indem Sie sich festhalten am Stuhl, ein Bein auf den Stuhl legen und dann hier vorne runtergehen. Dann werden Sie merken, dass es hier zieht und das erhöht die Beweglichkeit Ihre Beweglichkeit in Bezug auf die Adduktoren und innere Seite des Oberschenkels. Das Bein können Sie, das linke Bein, wo Sie draufstehen, können Sie entweder strecken, je mehr Sie es strecken, desto mehr zieht es hier unten und wenn Sie es nicht strecken können, biegen Sie es halt leicht. Hauptsache, Sie machen die Übung so, dass es hier auf der Innenseite zieht. Das können Sie auf beiden Seiten tun. Wenn das noch besser geht, können Sie das auch höher oben machen, hier auf der Lehne, Stuhllehne, da müssen Sie einfach aufpassen, dass der Stuhl nicht kippt und dann können Sie versuchen, mit beiden Händen hier zum Boden zu gelangen. Das ist so eine erste Vorübung für verschiedene andere Übungen, die wir Ihnen in diesem Sendeformat zeigen werden. Und ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sein werden, wenn es heisst, schmerzfrei ohne zu operieren. COPYRIGHT UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020